Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute fahren wir zu Pirmin nach Horb, haben hinten schon zwei Fahrräder eingeladen, Fabio ist auch dabei. Und jetzt holen wir noch Matze und Karim ab und dann fahren wir nach Horb. Also wir sind jetzt zwei Stunden hergefahren, bauen jetzt noch unsere Fahrräder zusammen. Und dann fahren wir in eine dicke Session. Brian, Matze! Das ist so cool. 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 Tarin, kurz vor. Mit Ansage. Wir mussten jetzt eine kurze Unterbrechung machen, weil es angefangen hat zu regnen. Aber zum Glück ist es ziemlich warm, also wir haben 30 Grad, das heißt es ist gleich wieder trocken und wir können wieder fahren. Jooo! Wow! Hey, nein. Ryan Little. Yoga! Oh, die ist vorgemelden. Also, die Session wurde jetzt wieder durch den Regen unterbrochen. Aber diesmal hat es richtig gepisst. Also, alles nass. Wir gehen jetzt was essen und gucken, ob es dann wieder trocken ist. Und ja, hoffentlich ist es trocken, weil dann können wir noch ein bisschen Fahrrad fahren. Oh, babe, was war das? Das machst du rein. Wir sind jetzt hier am Pizza- und Dönerladen, haben uns alle eine Pizza bestellt. Und wir werden jetzt erstmal... Geil! ...dick essen. Also, das mit dem Fahrrad fahren hat leider nicht mehr geklappt, weil es hat jetzt zwei Stunden lang durchgeregnet. Wir haben im Regen die Fahrräder kurz ins Auto geladen. Und sind dann einfach heimgefahren. Also, es ging echt gar nicht mehr. Es regnet immer noch. Aber es ist auch schon komplett dunkel. Also, ich kann euch nicht mehr viel zeigen. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Und bei Kunstform könnt ihr immer noch den Rabattcode MarkLand für 5% Rabatt benutzen. Also, es ist eine coole Sache auf jeden Fall. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!